Die Bachelore-Show Trotz Zickenimage, Janina Zeline zufrieden mit Bachelore-Show Sie ergatterte den ersten Kuss vom Bachelore und wurde von ihren Konkurrentinnen als Zicker abgestempelt. Der Bachelore-Kandidatin Janina Zeline Jan leistete sich legendäre Streitigkeiten mit ihren Villa-Mitbewohnerinnen. Die Fronten verhärteten sich daraufhin so stark, dass sogar zu Daniel Wülz ging, um sich gegen sie auszusprechen. Doch die lebensfrohe Blondine fühlt sich nicht falsch dargestellt. Gegenüber Promiflas verriet die gebürtige Sylterin, wie zufrieden sie mit ihrer Darstellung im Dating-Format ist. Ich glaube, niemand kommt exakt genauso rüber, wie er auch im wahren Leben ist. Das Ganze ist ja doch auch eine Extremsituation. Und tatsächlich hätten die Zuschauer auch recht viel von der Messe Hostess gesehen. Jedoch waren sehr viele Facetten von mir zu sehen und damit bin ich durchaus zufrieden. Ich kann die beste Freundin sein, aber auch der schlimmste Feind. In der vierten Nacht der Rosen ging die Zeline leer aus und musste ihre Koffer packen. Ihr Ausscheiden hatte sich ihr persönlich bereits angekündigt, Bachelor hatte bei ihrem zweiten Einzeldate viele Zweifel an ihrer Motivation geäußert. Allerdings war die 23-Jährige nach der Entscheidung nicht komplett am Boden, denn wenn das Interesse auf der anderen Seite nicht da sei, dann sei es eben nicht da. Wie fandet ihr Janina Zeline beim Bachelor? Ganz toll. Ich verstehe nicht, warum der Bachelor sie rausgeschmissen hat. Nicht so toll. Ich fand sie tatsächlich zickig. Ich fand sie tatsächlich zickig. Tränen dimensionen. Ich fand sie den letzten Endschauen. Ich fand sie pro Stunde habe. Ich fand sie wieder auf, den sie ein begrenter. Wenn sie die zur Ausbildung, dann sei es wieder auf. Ich fand sie seitdem im Hintergrund auf denem範den zusammen. Ich fand sie verseint. Wobei es ihnen war sicher. Das war nicht-dziesig. Ich fand sie sehr gut. Und ich fand sie das glücklich. Und ich fand sie einen livesende. Untertitelung des ZDF, 2020